Trance. Schamlos. Direkt. Die Tagebücher der Johanna E. 28. Oktober 2019. Liebes Tagebuch, ich fühle mich heute richtiggehend erleichtert und wieder im Frieden mit der Welt. Auch wenn mir mein Loch von dem riesigen Schwanz des Italieners, der bei mir über Nacht war, wehtut. Ich habe so etwas Riesiges noch nie gesehen. Schon alleine die Hälfte hätte mich ausgefüllt. Und dennoch bin ich stolz auf mich. Also jetzt nicht, weil ich ihn aufnehmen konnte, sondern weil ich eine tolle Katzenmama bin. Ich habe mich selbst hinten angestellt, wie es jede gute Mutter tut, damit ihre Kinder, in meinem Fall meine drei Katzen gut versorgt sind. Ich musste heute zu einer Vertretungsärztin, weil ich einen Tag im Krankenstand war. Schon als ich dort wartete, hatte so ein junger, blonder Mann mit mir geflirtet, obwohl er so verkühlt war. Aber dem habe ich tatsächlich gefallen und er hat es mir gezeigt. Er selbst war vielleicht 19 und hat viel mit der Ordinationsgehilfe getratscht, die er offensichtlich schon seit er ein kleiner Bub war, kennt. Er selbst ist sich in Wien aufgewachsen, hat aber garantiert jugoslawische Eltern. Und er war sehr süß. Aber ich dachte mir, dass ich eh gerade in der Nacht so einen riesigen Schwanz in mir hatte, so dass ich nicht gleich den nächsten Flirt haben kann. Aber mir gefiel sehr, wie er mir zeigte, wie ich ihm gefalle. Und das trotz meiner Brille und meinen normalen Outfits. Und du musst wissen, dass ich mich nie besonders schön ansehe. Ich habe immer dieselben Sport-Leggings und darüber irgendetwas Weites an. Und dann wurde er aufgerufen zur Ärztin zu gehen, als ich gerade fertig war. Und so trennten sich leider unsere Wege. Danach musste ich meine Gedanken wieder fokussieren und meinen Mut finden. Denn ich wollte Sadi in der Arbeit abfangen. Ich wollte ihn zur Rede stellen, was nun mit den Katzen ist. Ob er aufpasst und ob er sie auch zu sich nehmen kann, wenn ich auf Urlaub fahre und wie er das alles am besten will. Ich wollte Klartext mit ihm sprechen, nicht kompliziert und mühsam über seinen Bruder kommunizieren. Also ging ich zu seiner Bäckerei, wo er Verkäufer ist. Und ich hatte Glück, er war da. Ich ging extra um die Mittagszeit hin, denn da wusste ich, würde er entweder gerade aushaben oder zu arbeiten anfangen. Ich schaute ihn aufgeregt in die Augen, als er mich erblickte. Er wusste nicht recht, wie er reagieren sollte und bat mich, kurz zu warten, bis nicht mehr so viele Kunden da sind. Als er sich dann mir zugewandt hat, sagte ich ihm gleich, dass ich nicht über uns reden will, sondern lediglich über die Katzen, ganz sachlich. Ich möchte mit ihm das unter vier Augen ausreden, weil ich es wissen muss, ob er sich um die Katzen kümmern wird. Ich meine, er weiß ja, wie sehr ich auf Hilfe angewiesen bin. Wir sind seit zwei Jahren zusammen. Also wir waren zwei Jahre zusammen. Und er hat gesehen, dass ich Hilfe mit den Katzen brauchen. Und er hat die Katzen doch auch immer so geliebt. Ich habe hunderte Videos von ihm und den Katzen auf meinem Handy. Und außerdem vermissen die Katzen ihren Katzenpapa sehr. Ich finde, dass er wirklich für sie Verantwortung übernehmen soll. Jedenfalls hat er gesagt, dass er gleich aus hat und ich im Park vor der Bäckerei warten soll. Als ich dort wartete, war ich richtig gehend aufgeregt. Ich fragte mich, wie es wohl nach diesem Ende sein würde, mit ihm zu reden. Immerhin sind wir erst ungefähr drei Wochen getrennt. Ich glaube ja irgendwie, dass wir schnell wieder zusammen sein werden. Ich verstehe diese Trennung auch absolut nicht. Es war Anfang Oktober, als ich gerade zwei Tickets für uns beide nach Thailand gebucht habe. Da sagte ich noch zu ihm, Sadi, unser Urlaub ist erst im nächsten März. Das sind sechs Monate. Das bedeutet, dass wir bis dahin noch zusammen sind? Er meinte daraufhin so süß, ja aber natürlich. Willst du denn was anderes? Ich muss dazu ergänzen, dass Sadi von Anfang an, als er mich kennenlernte, sagte, dass er mich niemals heiraten werden könne. Und ob wir überhaupt zusammen sein sollen, weil er mich nicht verletzen will. Aber sein Papa würde niemals zustimmen. Sadi hat sechs Brüder und alle sind bereits von seinem Papa verlobt worden. Nur er selbst konnte sich bis jetzt raushalten. Wie er das geschafft hat, frage ich mich selbst. Aber er war sich klar darüber, dass er nicht ewig Nein sagen könne, ohne seine Familie zu verlieren. Als wir vor einem Jahr zweimal im Iran auf Urlaub waren, lernte ich seinen Papa und auch seine Mama kennen. Beide sind wunderbare Menschen. Mit seinem Vater waren wir in Persepolis und am Pink Lake von Girass. Und mit seiner Mutter und Schwägerin schlief ich zusammen mit dem neugeborenen Baby am Boden, während es draußen jeden Tag 40 Grad hatte. Sie sind in der Familie so konservativ, dass die Frauen sogar beim Schlafen das Kopftuch tragen. Sadi fragte sogar seine Mutter, ob ich es mir abnehmen darf und bekam als Ausländerin natürlich die Sonderstellung. In dem Zwei-Zimmer-Gebäude wohnte auch ein Cousin und da mussten wir besonders immer aufpassen, wenn der nach Hause kam, dass er die Schwägerin nicht zu Gesicht bekam. Diese durften nur die engen Verwandten sehen. Sehr kompliziert alles. Zudem sind alle Frauen Analphabetinnen und sprechen nur schlecht Persisch. Sie sprechen Pashtun, was eine ganz andere Sprache ist. Das klingt eher Indisch. Damals fragte Sadi seine Mutter, ob er mich heiraten dürfte. Ich fand es sowieso mutig, dass er so zu mir stand, denn ich bin fast 14 Jahre älter als er, was sogar hier in Europa außergewöhnlich ist. Aber Sadi war so stark. Er küsste seiner Mutter die Füße und war so froh, als sie zustimmte. Aber eine Frau hat natürlich kein Sagen dort. Also nicht das Sagen wie an Papa. Vor dem Vater hatte er eine enorme Angst. Erst nach der Reise erfuhr ich, dass sein Vater ihn die ganze Zeit anrief und wollte, dass er eine Familie in Jast besuchen würde, wo er sich verloben sollte. Sie wollten tatsächlich sofort eine Verlobung organisieren. So als ob es mich gar nicht geben würde. Davon bekam ich Gott sei Dank damals nichts mit, denn ich wäre sofort wieder nach Hause geflogen. Eine derartige Ignoranz habe ich noch nie gesehen. Nun gut, Sadi ist aber immer zu mir gestanden, bis er Anfang dieses Jahres zum ersten Mal den Druck nicht mehr standhielt. Zwei Tage nach dem Begräbnis meines Vaters verkündete er mir, dass er sich eine eigene Wohnung nimmt mit seinem besten Freund. Gerade als ich ihn am meisten gebraucht hätte und er so gut für mich da war, als ich ständig zu meinem Vater vor, um meiner Mutter mit der Pflege zu helfen, als er innerhalb von drei Monaten starb. Ich habe Sadi in diesen Monaten wirklich zu lieben begonnen und mir nach dem Begräbnis gedacht, dass ich mich nun endlich zurücklehnen werde können, weil mein Vater endlich keinen kranken Körper mehr hat und ich das Leben feiern werde, so wie es mein Papa mir mit seinem Message genau zum Feuerwerk zu sterben mitgegeben hat. Aber da kam der wirklich große Schock, der bis zum Sommer tief in meine Knochen steckte, zusätzlich zu dem ganzen Familien- und Erbdrama. Und dann meinte Sadi vor drei Wochen, als ich mich gerade entspannt hatte, dass er die nächsten Monate zumindest bis zum Urlaub auf jeden Fall noch nicht verlobt werden wird. Genau da, meinte er, als ich mich wieder zurücklehnen wollte, dass er doch nicht nach Thailand mitfliegen kann und sein Vater ihn verlobt hat. Schon wieder ein Schock. Am liebsten hätte er mich sofort aus seinem Leben streichen wollen. Drei Tage, nachdem ich das Ticket gebucht hatte, kam er zu mir, um über alles zu reden. Für mich war das so unwirklich, dass ich mich kaum an das lange Gespräch erinnern kann. Alles, was ich noch weiß, ist, dass er zu 100% in seinen Herzen fühlt, dass er sich nun ändern kann und auch muss. Mit der Änderung meint er seine sexuelle Orientierung. Sadi ist bisexuell, hat aber, seit er in Österreich ist, und das sind auch immerhin vier Jahre, nur mit Männern und manchmal mit so Studio-Transen-Sex. Da ging er in diese Laufhäuser und zahlte irgendwelchen südamerikanischen Transen 40 Euro für Sex ohne Kondom. Manchmal bekam er es sogar gratis. Und mit Männern sowieso. Er hat zwei bisexuelle Freunde, mit denen ging er oft zusammen zu einem Schwulen und dort ließen sich alle einen blasen. Nur ganz am Anfang fickte er mal so eine Swingerclub-Frau, die um die 50 war. Das alles hat er mir gleich beim ersten Date erzählt. Da war er nach einem Ecstasy-Wochenende gerade auf Dramatol, um wieder runterzukommen. Sehr schräg war das. Aber trotzdem fand ich ihn süß. Und er reduzierte diese Ekstasen schnell, als ich ihm sagte, dass er das gern weitermachen kann, ich aber ganz anders sei und dass diese zwei unterschiedlichen Lebensweisen nicht zusammenpassen würden. Das war, als er nach einer Partynacht zu mir kam und zwei Stunden nicht einschlafen konnte, weil er auf Speed war oder sowas ähnliches, und als er dann endlich einschlief, plötzlich auf mich pinkelte. Das war alles sehr neu für mich. Und der erste Sex war für mich auch sehr schwul. Als er mich fickte, fühlte es sich so an, als ob er mich als Mann ficken würde. Es war wie schwuler Sex unter Männern. Auf das musste ich mich erst einstellen, denn die Männer, die ich davor hatte, waren nur Sex mit Frauen gewohnt. Dementsprechend waren sie viel einfühlsamer und auch oft die Gefühle betont, während Sadi da eher, wie soll ich sagen, schwul war. Und da saß er nun auf meiner Couch drei Tage nach unserer Trennung und meinte, dass er in seinem Herzen spürt, dass es sich ändern kann und auch muss. Irgendwie kam mir das alles nicht ganz koscher, halal vor. Und es war auch so tragisch. Ich weiß nicht, ob und mit wem er mich in den zwei Jahren betrogen hat, denn ich war ihm nie treu. Einem Mann, der mir gleich von Beginn an sagt, dass er mich nicht heiraten wird können, schwöre ich sicher keine Treue. Und er wohl mir auch nicht, denn manchmal macht er beim Sex etwas Neues, wo ich ihn dann gleich fragte, von wo er das hat. Er hat natürlich nie was zugegeben und somit weiß ich nicht, ob er mit Männern oder Frauen was hatte. Aber eines ist mir klar, nämlich, dass niemand seine sexuelle Orientierung ändern kann. So etwas geht nicht und wird nie gehen. Es wird es nicht geben, weil das ein Schwachsinn ist. Dass er sich das alles vortäuscht, um dem Druck seiner Familie zu entsprechen, verstehe ich schon eher. Obwohl ich ihm sagte, dass seine Familie sowieso ihn braucht, wegen dem Geld, das er ständig schickt. Deswegen würden sie ihn niemals von der Familie ausstoßen. Sie würden vielleicht ein paar Monate böse sein, aber dann akzeptieren, dass er sich nicht mit einer Frau von dort verlobt, sondern mit mir zusammen ist. Und die wissen ja nicht einmal, dass ich transsexuell bin. Es hat schon genügt, dass ich Europäerin und zu alt bin, dass ich nicht heiratswürdig war. Das hat Zimbabwe gesagt, als Sadi ihn gefragt hat und wir sogar anboten, für die ausständigen Hochzeiten seiner Bruder zu zahlen. Das alles ging mir durch den Kopf, während ich auf Sadi wartete, als ich im Park saß. Als er dann kam, versuchte ich nicht zu lächeln. Ich versuchte, Distanz zu bewahren und redete sachlich über die Katzen. Ich vermied das Thema Verlobung und das Thema Beziehung und Nähe. Und er meinte, dass es ihm lieber ist, wenn ich ihn über seinen Bruder kontaktiere und nicht über den Messenger. Überall anders hat er mich ja sowieso blockiert. Aber er hat mir zugesichert, dass er auf die Katzen aufpassen wird und auch zu sich nehmen kann. Und vor allem, dass er sie vermisst. Umso weniger verstehe ich, warum er sich so kompliziert anstellt. Für mich hat es nach wie vor den Anschein, dass er von jemandem kontrolliert wird. Aber wie soll das seine Verlobte aus Iran, Afghanistan, Pakistan aber machen? Schon sein bester Freund und auch sein Bruder haben Andeutungen gemacht, dass er vielleicht eine andere Freundin hat. Aber irgendwie ist das alles so unschlüssig. Es ergibt für mich hinten und vorne keinen Sinn. Denn er hat mich süß angelacht wie eh und je. Auch bei der Verabschiedung hat er mich herzlich zu sich gedrückt und mir in den Hals gebissen, obwohl ich ihm nur die Hand gereicht habe. Und am Tag, nachdem wir über das Ende unserer Beziehung geredet haben und er dann aber nochmals nach Mitternacht zu mir kam und wir so taten, als ob alles normal sei, also nach dieser Nacht habe ich ihn am Weg zur Arbeit wieder kurz bei seiner Bäckerei getroffen und dann hat er mich auch so fest zu sich gedrückt. Würde er in eine andere verliebt sein, würde er dann das machen? Aber ich glaube, dass er sich selbst am meisten Druck macht und nicht sein Vater. Sadi will normal sein, der Norm entsprechen und das macht ihm Druck. Jedenfalls war ich enorm glücklich, als ich nach Hause kam und meinen Katzen die freudige Nachricht übermitteln konnte, dass ich ihren Papa getroffen habe und er in Zukunft fix auf sie aufpassen wird. Ich bin immer noch froh und ich fühle mich immer noch sehr stolz auf mich. Es hat mir Überwindung gekostet und es war ein Risiko, ihn in seiner Arbeit abzufangen. Aber ich wollte direkt mit ihm klarstellen, was nun mit den Katzen ist. Und es hat mich extra glücklich gemacht, dass er mir in den Hals gebissen hat. Ich bin mir sicher, dass er mich so sehr vermisst. Und ich glaube echt, dass wir bald wieder einen Weg finden werden, wieder zusammen sein zu können. Wir passen einfach wirklich sehr gut zusammen. Nach all dieser Freude habe ich diesen italienischen Surferboy schnell vergessen. Der sah besonders gut aus und schlief so ruhig neben mir, dass ich ihn nicht einmal neben mir bemerkte, aber irgendwas war befremdlich. Leider hatte er interessanterweise erst nach dem Zähneputzen starken Mundgeruch. Keine Ahnung warum. Und er hat den Mund aber immer offen gehabt beim Sex. Und als er dann nach dem Duschen nur mit dem Handtuch um seine Hüften kam, fand ich, dass er echt gut aussah. Und als er mir dann ungeschickt nach dem Essen zu verstehen gab, dass es jetzt Zeit für Sex wäre, habe ich mich echt erschreckt. Als er aufstand, sah ich, wie sein Schwanz gegen das Handtuch drückte. Er war schon etwas erregiert. Und ich muss sagen, dass ich noch niemals in meinem Leben so etwas Riesiges gesehen habe. Die Hälfte wäre schon über den Durchschnitt gewesen. Aber er konnte sehr gut damit umgehen und er war sehr süß zu mir. Er wollte nur, dass ich ihn ein paar Mal ins Gesicht schlage, sodass er besser kommen könne. Und er war sehr still neben mir, obwohl er über 1,90 Meter groß ist. So ein richtiger Mann. Aber mein Herz hängt einfach bei Sadi. Und Sadi hat mich heute so glücklich gemacht. Und ich war so glücklich, den Katzen diese gute Nachricht übermitteln zu können. Es wird alles seinen guten Weg nehmen. Da bin ich mir sicher. Alles wird gut. No, not two. Nicht gut. Wir vereinigten schon mal. No, ich bin morgen. Nein. No. Nein. Ich bin prompt. Und da bin ich noch meine Wasser. Hier, bin ich von euch. Ich bin ein mileskart. Und own care, bin ich sicher. Ich bin sicher, denn ich bin dabei. Und ich bin die Lautsd jetzt. Ich bin hubsherät чувств PETER government